So, was machen wir jetzt, Leute? Und zwar hat Ryan sich wieder bereit erklärt, das Ganze zu organisieren, beziehungsweise Jana hat auch mitgemacht, soweit ich weiß. Die beiden haben sich dem Ganzen angenommen und haben gesagt, Toffi, das letzte Mal hat uns so viel Spaß gemacht, dass du Fotos von uns bewertet hast. Da ging es darum, dass ich Fotos von euch bewertet habe, um mit dem Thema einen Raum für mich zu kreieren in Disney Dreamlight Valley, der halt ein ganz spezieller, für mich angepasster ist. Und da habe ich mich ja dermaßen darüber aufgeregt, weil ihr alle gedacht habt, dass ich diesen hässlichen, komischen Süßigkeiten-Teppich so toll finde. Äh, nee, nein, das muss nun wirklich nicht sein. Deswegen habe ich euch eine weitere Chance gegeben und gesagt, was würdet ihr tun, wenn ihr auf ein Date mit mir gehen würdet? Was würdet ihr anziehen? Und das ist die heutige Aufgabe von Disney Dreamlight Valley Fotoabstimmung. Ach, oder übrigens, habe ich da ein Hallo gesagt? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Ich war gerade so in meinem Song drin. Jedenfalls, wie gesagt, danke an Ryan und Jana für das Vorbereiten. Du hast mich ignoriert, Tomate. Ich ignoriere aber alle Tode. Das ist gleiches Recht für alle, ne? Also, nächtlicher Himmel und der Schein des Mondes. Kreiere ein Outfit, welches Toffee total rattig werden lässt. Ob Strapse oder zugeknöpft, bis oben hin, die Wahl liegt bei dir. Und das darf ich jetzt natürlich abstimmen, weil ich der Meinung bin, dass alles, was mich rattig macht, auf jeden Fall in diesen Stream gehört. Ist ganz klar, ne? Ähm, ja. FSK 18. Ich drücke mal drauf. Passiert jetzt mal nicht. Tyler, hallo? Ähm. Sobald es mindestens 13 Optionen gibt, wird die Abstimmung aktiviert. Jo. Das war's wohl. Ein Outfit mit der Blume von Ariel, warte ich's ganz schön sagen. Die Schöne und das Biest. Ich glaube, ich selbst kreiert, ne? Ich finde diesen Ärmel geil. Der so ein bisschen hervorsticht. Mit dem, auch mit unten drunter, mit Ursula und so weiter. Finde ich irgendwie cool. Die Ohren gehen gar nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Warum? Warum diese riesen Ohren? Warum? Was? Hä? Hast du das Gefühl, ich höre dir sonst nichts... oder beziehungsweise du kannst mir sonst nicht zuhören? Spreche ich zu leise? Muss ich lauter reden oder was? Brauchst du nicht so große Ohren? Ich verstehe... Wir verstehen uns so schon, ne? Ja, ähm, ja. Also, an sich finde ich das Outfit ganz gut. Aber, Entschuldigung. Socken in Sandalen? An sich, das Outfit... Die Ohren kann man ein bisschen zwiegespalten, ne? Was weiß ich... Aber Socken in Sandalen? Du bist ein Deutscher, kann das sein? Richtiger Allmann, genau. Nicht auf das i klicken, lass dich überraschen von dem, wie der sagt. Ja, ja, das mach ich nicht, das mach ich nicht. Erdwölpe, hallo. Ja, typisch deutsch. Ist halt wirklich so, ne? Also, das könnte... Oh, warte, das war jetzt Vollbildmodus. Warte, kurz. Ich muss jetzt hier oben auf X drücken, glaube ich. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall schon, ja, ist schon niedlich. Für ein erstes Date ein interessantes Outfit auf jeden Fall. Und das sieht ja mal mega gut aus. Ist das... Das ist selbst kreiert, ne? Das sieht richtig, richtig gut aus. Das sieht ein bisschen so aus, als ob das Kleid ursprünglich mal bunt gewesen wäre, so Regenbogenfarben. Und dann kam irgendeine böse Königin oder sowas und hat da einfach einen riesen Riss reingemacht ins Kleid. Hat einen riesen Schlitz reingemacht und dann ist das so mit Zauber und so und das alles so zerrissen. Und in eine mysteriöse Welt kommst du da rein, wenn du da zwischen die Beine... Mysteriöse Welt zwischen den Beinen... Und wohin führt dieses Gespräch? Ja. Es ist auf jeden Fall... Es macht Lust auf mehr. Ich meine, wir haben ein Date. Da kann man, ne? Und... Vielleicht denkt man ja auch so weit. Also ich finde das Kleid aber echt hübsch, ne? Generell, also ich muss ganz ehrlich sagen, es passt auch alles. Es ist ja sehr schlicht gehalten. Auch die Ohrringe und... Also Ohrringe und Ding wurden noch gewählt. Ohrringe und Kette, glaube ich. Und ja, ein bisschen was hier an der Hand oder sowas, aber es wirkt alles sehr, sehr schlicht. Aber schick. Vor allem der Hintergrund ist richtig toll. Und hier sind sogar noch richtig schön mit Dingen, ne? Also mit Kissen und Büchern, wo wir ein bisschen Manga lesen können und so, ne? Oder wir lesen uns gegenseitig Geschichten vor. Geschichten aus dem Kamasutra. Was richtig Romantisches für das erste Date. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die zwei zur Wahl hätte, tut mir wahnsinnig leid. Das sieht tatsächlich ein bisschen mehr nach meinem Geschmack aus. Oh, und da hätten wir schon wieder die gleiche Konstellation wie letztes Mal. Es geht da drum, ob ich das, was ich bereits gewählt habe, gut finde, immer noch am besten finde. Oder ob eine Alternative dazu kommt, die mich eines Besseren belehrt, ne? Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Outfit, so lala, ich finde den Pulli halt voll hässlich. Das habe ich aber schon öfters gesagt. Also der war im letzten Sternenpfad drinne und ich habe gesagt, dieser Pulli ist pothässlich. Ich habe ihn auch nicht gekauft. Also mit den Punkten, glaube ich, auch nicht geholt. Ähm, ich finde den hässlich. Also damit schreckst du mich halt eher ab, ne? Gut, es ist vielleicht, falls du das Gefühl hättest, ein Date mit Toffee, da würde er zu übergriffig werden, ganz am Anfang. Fängt an zu fummeln oder sonst irgendwas, so ohne Wenn und Aber und einmal so mittendrin, greift da rüber, wollte eigentlich gedacht, da kriegt er Pommes oder sowas und dann greift er mir einfach irgendwo. Dann kannst du sicher sein, dass ich da nicht übergriffig werde. Dann sehe ich den Pulli und denke so, äh, ne? Also der ist halt echt nicht hübsch. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, das andere, was unten drunter ist, das sieht sehr stimmig aus und sowas. Gut, das Diadem da oben auf dem Kopf ist auch so ein bisschen grenzwertig, aber gut, ja. Aber ich muss sagen, da gefällt mir das hier tatsächlich immer noch besser. Oh, und ein weiteres. Okay. Ich weiß, es ist leger. Es ist leger. Es ist halt ein Mickey und ein Minnie drauf, ne? Und, ja, ein großer Korb mit Süßigkeiten, ne? Mit Baguette und Süßigkeiten und sowas. Da lege ich ja großen Wert drauf, dass man zu einem Date mit mir immer was für mich mitbringt als Geschenk. Da lege ich großen Wert drauf. Ja, von nix kommt nix, weißt du? Ich, äh, ist so. Hallo? Muss man doch ein bisschen zelebrieren, dass man mit dem ausgehen darf, ne? So. Also Geschenke sind immer ganz toll. Ähm, ist halt sehr schlicht und dann ist halt ein bisschen, ja, das, ja, ja. Oh, würde ich wahrscheinlich mich am wohlsten fühlen tatsächlich, weil ich wahrscheinlich auch nicht groß aufgetakelt kommen würde oder irgendwie so, ne? Aber ich finde das Outfit halt auch mega geil, ne? Aber da hätte ich jetzt wieder Druck, dass ich halt eben auch selber so schnieker aussehen muss. Trotzdem muss ich sagen, von den beiden gefällt mir das hier tatsächlich immer noch am besten. Oh, jetzt kommen wir wieder zu den ersten beiden. Ähm, wenn ich zwischen den beiden hier die Wahl hätte... Wird ich mich wahrscheinlich für die linke Variante entscheiden, weil ich das halt einfach... Guck mal, das ist halt auch mit den Blumen so richtig schön gemacht und dann kommt man hier so zu diesem Torbogen. Uschi ist auch da, also einen flotten Dreier haben wir auch gesichert. Ähm, ist halt genau nach meinem Geschmack, ne? Und, ähm, ja, da, wie gesagt, also der Pulli, der versaut die ganze Nummer. Hättest du ihn nicht einfach zu Hause lassen können oder verbrennen, spenden können an blinden Obdachlosen oder so? So, ne? Ja, weil sie wollen das halt auch nicht sehen. Ja, also wenn, dann muss ich sagen, dann die linke Variante. So, oh, oh, ein Mann. In Hotpants. Also wenn ich bei Männern auf das Wert lege, dann ist es auf jeden Fall Hotpants. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon, ne? Das Bett ist auch direkt da, also das heißt, da ist das Date auf jeden Fall ganz klar, wie es ausgeht. Wir treffen uns hier definitiv zum Bi-Ba-Bi-Ba-Bumsen, da wird's gleich richtig rumsen, ne? Also das ist auf jeden Fall ein eindeutiges Date. Das muss man jetzt nicht irgendwie zweideutig sehen oder irgendwie missverstanden haben oder sowas. Also das ist ein ganz eindeutiges Date. Da wird sich getroffen, um zu diskutieren. Ähm, ja, genau. Und die Schildkröte darf zugucken. Ja, die guckt ja weg, die guckt ja an die Wand. Das ist ja nicht ganz so schlimm, ne? Ähm, ja. Das Outfit ist sehr, sehr schlicht. Das mit Dagobert ist halt irgendwie ein No-Go. Ich find, Dagobert fand ich noch nie so... Also ich fand den irgendwie... Ne, Dagobert war nie so meins. Irgendwie. Da gibt's andere, schönere Motive, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist das T-Shirt für mich eigentlich ein No-Go, aber es ist halt trotzdem schlicht. Es hat nur falsche, falsche Dings drauf, ne? Dagobert ist ja schon ein Turn-Off. Ja, das stimmt schon. Also ob man da in Stimmung kommt, weiß halt nicht, ne? Gut, er hat immerhin nie eine Hose an. Das ist schon sehr praktisch, ne? Also, ne, wenn's zum Thema Erregung öffentlichen Ärgernisses und so, ne? By coincidence, hallo! Ja, ähm, zwischen den beiden... Also ist ganz klar auf jeden Fall die linke... Äh, die rechte Variante wieder, weil, ähm, auch wenn das hier einigermaßen gut gemeint war, glaube ich, Ähm, das sieht halt echt... Mann, das Kleid ist halt echt hübsch, ne? So. Oh, ein neues! Die schlichte Version auf der linken Seite und dann haben wir hier eine... Boah, ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Es ist so ein Piratenhut und alles in rosa gehalten. Rosa ist gar nicht meine Farbe, ich mag ja rosa nicht, aber gut, ich muss es ja nicht selber anziehen, ne? Es sei denn, wir entwickeln da so ein Fetisch oder sowas, wo wir uns gegenseitig unsere Klamotten tauschen oder sowas. Ich finde die Handschuhe so unnötig, irgendwie. Die stechen voll raus. Die sind, die sind überhaupt nicht stimmig mit dem Rest, weil die so orange sind, das sticht so ein bisschen arg raus. Passt ein bisschen zum Hut, aber halt auch, ne, es sticht ein bisschen arg raus. Die Jeans und die Schuhe eigentlich ganz gut, aber... Ja. Sieht ein bisschen so aus, als ob man zum... Zum Fastnachtsumzug geht oder sowas. Wo man dann mitmacht, so... Wo die dann immer so rumlaufen und dann irgendwie, ja, eben halt so ein bisschen mit... Finde ich so ein bisschen. Also... Ja. Ist okay, aber... Da finde ich das hier tatsächlich schon ein bisschen stimmiger. Das ist schlicht, aber süß schlicht. So. Genau. Nimm ich das hier. Oh, oh. Jetzt die beiden. Was sticht mehr raus? Diese hässliche Pullover mit Herzen? Oder die Handschuhe, die mir irgendwie nicht gefallen wollen? Da ist jetzt die große Frage. Was gefällt mir besser? Hm. Ich finde, der Hut ist halt auch so... Der Hut hat irgendwie den gleichen Stellenwert wie die Jacke. Ich finde, der Hut sticht volle Kanne raus. Und vor allen Dingen, was willst du damit sagen? Wenn du zum ersten Date mit so einem Hut gehst, was willst du damit sagen? Ich bin hier... Der König der Welt oder wie? Der Käpt'n? Oder was auch immer? Was willst du damit sagen? Ob er sich jetzt für die Jacke entscheidet? Ja, tatsächlich. Irgendwie sagt mir dieses Outfit gar nicht zu. Ich weiß nicht, wieso. Ich nehme die Jacke. Und das war's schon? Mehr gab's nicht? Ihr habt so wenig eingesendet, Leute? Oh, schade. Aber es hat einen eindeutigen Sieger. Und da siehst du sogar, von wem es kommt. Banshee hat Platz 1 gemacht. Ah, wurde eins wieder nicht gewählt. Das von Butterfly Girl. Nein, das hat gar kein Ding. Aber warum ist es nur mal Platz 2, wenn es gar nicht gewählt wurde? Ich hab's gar nicht gekriegt. Kamen alle Fotos dran? Nee, eins kam nicht dran. Aber Banshee, herzlichen Glückwunsch an dich. Kann da nichts einschalten. Alles gut, Ryan. Alles gut. Du machst einen guten Job, wirklich. Banshee, herzlichen Glückwunsch an dich. Das war wirklich ein fantastisches Kleid. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Da gucken wir mal kurz rein. Ja, ich finde, das hat auch was. Vor allen Dingen, dass man mit den Füßen in der Decke steht. Finde ich super. Da kannst du schon mal nicht weglaufen. Ja, gut. Nee, aber ansonsten, ich finde das echt schön. Doch. Also, ich hätte mich auch dafür, glaube ich. Das Zugzwinkern finde ich halt eher so ein bisschen so. Na, na, na. Geil, ne? Sieht auch nett aus. Ja, eben. Ich finde das echt ganz gut, ne? War damals eineinhalb Stunden Arbeit, die ich ins Kleid gesteckt habe. Oh, wow. Aber das sieht man auch. Das ist wirklich echt gut geworden. Wirklich. Vanitas, hallo. Nee, aber das sieht auch ziemlich stimmig aus, muss ich sagen. Ich finde das echt gut. Doch, gefällt mir. Ja, und Jana. Du weißt, dass ich es schlicht mag, ne? Aber eben, es hat leider gegen dieses Kleid nicht anstinken können, ne? Das Kleid ist halt echt, ist halt schon der Burner, ne? So. Mario. Die riesen Ohren. Die haben es dir fast versaut. Nix ist mal ohne Ohren probieren. Julian. Ja, Julian weiß halt, dass ich halt auch nur ein Mann bin. Deswegen, ne? Möchte halt natürlich trotzdem zeigen, dass wir Männer alle vom selben Schlag sind. Und wenn Männer unter sich, dann geht es halt nur um das eine. Ist ganz klar, ne? JB. JB. Nächstes Mal lass die Jacke weg. Vielleicht kannst du noch irgendwie, vielleicht kannst du sie ja verkaufen. Wenn du noch Geld gibst, weißt du? Gibst du jemandem die Jacke und noch 10 Euro dazu. Dann nimmst du dir vielleicht jemand ab. So, was haben wir noch? Mika Sullivan. Äh, Ryan, wo bist du denn? Du solltest, by the way, Vanessa darstellen. Was, ich sollte Vanessa darstellen? Achso, ich bin Vanessa hier in dem Szenario. Achso. Ach, jetzt habe ich verstanden. Ich habe es verplant, aber... Ja, sag mal. Das geht doch mal nicht. Ja, und Mika Sullivan hat, wie gesagt, da finde ich den Hut, der war so ein bisschen unpassend für ein Date mit mir, weil der so ein bisschen protzig wirkt. So, hey, guck mal, ich habe einen dicken, fetten Hut. Und so, ne? Also, er wirkt ein bisschen überzogen, was Dates mit mir angeht. Ne? Aber gut, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ihr wart alle stets bemüht. Gratulation an euch. Wirklich. Also, ich finde diese Fotos jetzt auf jeden Fall deutlich mehr zu mir passend, als das letzte Mal. Das letzte Mal fand ich, das war irgendwie, als ob ihr mich nicht kennen würdet. Und hier, da habt ihr schon ein bisschen überlegt, was könnte Toph ihm wirklich gefallen? Was könnte ihm so richtig, richtig scharf machen? Ne? Genau. Was könnte ihn ein scharf machen? Wie? Wie? Was? Okay. Kommt. Wir hören jetzt auf. Danke auf jeden Fall für diese... Für diese Möglichkeiten, wieder Fotos von euch zu bewerten. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, es zu machen. Du hast mein Outfit als süß bezeichnet. Das hat mich voll gefreut. Ja, siehste. Kann ja gerne mal Fotos von den Sachen machen und ins Discord hochladen, falls ihr wünscht. Ja, gerne. Kreativarbeit wird wahrscheinlich immer gerne gesehen, damit man halt eben auch Inspiration hat, wenn man selber kreativ werden möchte. Neues Thema. Neues Thema. Okay. Jetzt haben wir Klamotten gemacht, dann machen wir jetzt mal wieder ein bisschen was mit Dekoration. Ich würde sagen... Was ist denn aktuell? Ostern ist schon rum. Ein Zimmer. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, ja, auch ein Zimmer. Ne, dann machen wir jetzt mal was mit Strand. Wir haben jetzt Frühling, das heißt, der Sommer kommt langsam, irgendwas mit Strand. Ähm. Ähm. Hm. Ein außergewöhnlicher Strand vielleicht? Eine Beachbar. Aber es ist die Frage, wie gut du das realisieren kannst. Da hast du ja nicht so viel, ne? Hm. Ein Strand, wie ihn sonst keiner hat. Ne, das ist jetzt... Genau, so mache ich das. Ein Strand, wie ihn sonst keiner hat. Überlegt euch ein Strandthema, wie ihr das, äh, was ihr da am Strand, ähm, kreieren würdet, hinstellen würdet und sowas, was so extravagant ist, dass nur ihr auf diese Idee kommt, das an den Strand zu machen. Da wird, da ist jetzt Kreativität gefragt und da ist jetzt auch nicht meine Meinung gefragt, sondern eure Kreativität. Wenn ich das Gefühl habe, dass es kreativ war, dann würde ich das wahrscheinlich auch hoch ranken, ne? Also wenn da sich wirklich, wirklich, äh, Mühe gegeben wurde, ein Strand zu machen, den nur ihr so kreieren könntet, dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, ja. Waren wir wieder zwei Wochen, würde ich mal sagen, oder? Jetzt ist erster, fünfter, also das heißt bis zum 14.05. oder so, so Deadline, würde ich mal sagen, so um den Dreh rum, falls ihr damit einverstanden seid, liebe Mods. Ich habe tatsächlich eine Beachbar in meinem Wedding. Die Frage ist halt eben, ob das wirklich so, ob du jetzt nur eine Bar hinstellst, die schon da ist oder sowas und sagst, hier ist meine Beachbar Ende des Tages oder so, äh, Ende der Sache, meine ich, äh, ne, sie ist halt, ne, muss halt gucken, aber gut, ja, gut, ich gehe wieder rüber. So. So.